So, das ist jetzt ehrlich gesagt ein Brückenvideo, weil mir fällt jetzt nicht mehr so viel ein, das ist jetzt echt, ich habe euch nur noch eine Geschichte und die Geschichte, die würde ich gerne eigentlich noch für das letzte Video aufheben und von daher, tut mir leid, es ist nur ein Brückenvideo, hier kommt nicht viel, das war alles, ich kann auch für euch diesen hier machen. Aber das war es dann. Das war jetzt wirklich billig, aber gut, ich wollte euch einfach nicht ohne Video lassen heute und mir ist aber nichts eingefallen. Also, Entschuldigung. Sorry. Also dann, ich wünsche euch jetzt was und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Tschö.